Wir wurden alarmiert zum Dachstuhlbrand in einem Sieben-Familienhaus im 13. OG. Dort ist vermutlich der Brand ausgebrochen und ein Zimmer war im Vollbrand und die Flammen haben bereits über den Dachstuhl übergegriffen. Momentan ist das Feuer unter Kontrolle, das Feuer ist aus. Wir sind beim Moment dran, den Wasserschaden, der sich Gott sei Dank sehr in Grenzen hält, zu beseitigen mit Wassersauger. In einer Wohnung wurde ein Zimmer zerstört, die anderen Wohnungen sind Gott sei Dank soweit unversehrt und ich denke, die Bewohner können wieder heute Abend zurück und zumindest ihre Sachen in Augenschein nehmen bzw. rausholen.